Und damit willkommen zu einem neuen Part von Splatoon 3 Online. Wir haben uns hier versammelt mit dem Käse namens Mozzarella, namens Leonie, mit Blade und Marvel, um Big Run zu zocken. Wie heißt die Map? Schwertfisch? Schwertmuschelreservoir, so heißt es. So, und wir wollen heute den Bossen mal so richtig zeigen, wer hier eigentlich der Boss ist. Weil dort oben rechts steht Boss Plus Eins, also ich bin der Boss hier. Ja, und gucken wir mal, was wir heute für einen Rekord schaffen, ob wir es überhaupt schaffen, hier alle Wellen hinzukriegen. Keine Ahnung, wir werden sehen. An die Arbeit, let's go. Ja, und ich bin mal gespannt, weil Schwertmuschelreservoir ist jetzt nicht so meine Lieblingsmap von Splatoon 3. Um ehrlich zu sein, ist das glaube ich die Map, die ich am wenigsten mag, wenn es die Map ist, an die ich gerade denke. Gucken wir mal aber, gucken wir mal. Ja, die Aufnahme ist am Wochenende entstand, da war nämlich Big Run hier in Splatoon 3. Und ich habe direkt eine Sniper, und zwar der Bärkonzentrator. Ja, nice. Ähm, am besten halt direkt hier drin beim Korb bleiben, am Anfang. Jo, wo ist denn der Korb? Ach, da ist er, da ist er. Ja, und es ist wirklich die Map, die ich am wenigsten mag. Aber ist okay. Weil, die Worte kann man halt mehr zum Korb damit locken. Direkt mal eine Bärwaffe, was ich ja sehr, sehr cool finde. Weil, dann können wir die direkt mal ausprobieren. Ist das die neue Bärwaffe? Ich habe gehört, es soll eine neue Bärwaffe geben. Äh, ne, neu ist die auf jeden Fall nicht. Okay, okay, gut zu wissen. Die ist nicht neu, die gibt es schon seit 2 und 2. Ah, okay. 2, 2, 3, 3. Dann ist ein Bäm. Ein Bäm. Ein Bäm. Hey, ich will ich mich. So, haben wir dich erst mal. Zack. So, was müssen wir von der Kote erreichen? 22. Dich machen wir da mal weg. Ja, und ich habe keine Tate. Jetzt ist alles, was ich vorhin gesagt habe. So. Ne, ne, ich habe dich. Das wird heute stressig, aber das ist noch schön. Ich habe wieder keine Tinte, ich hasse es, keine Tinte zu haben. Ja. Stabladen mich. So, haben wir dich. Bam, bam, bam. Du bist fast tot. Jetzt nehmen wir euch mal hier auseinander. Und da war jetzt der Bäm. Das ist der Bäm. Das ist der Bäm. Das wollen wir alle da hinsteigen. Wir werden die Kote direkt verlieren, ne? Marvel, äh, Mozzarella meinte ich. Äh, Leonie. Ja, 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 ja. Wunderbar. Ich danke. Blitz, du bist da auch. Ja, wir werden erste Bälle verlieren. Ich habe eine Klecksbombe geworfen. Und ich bin... Du hast tot. Ah, okay. Ich glaube, daneben ist auch vorbei, ne? Das ist natürlich sehr, sehr lustig. Aber ist ja jetzt auch nicht verkehrt, dass es so schwierig ist. Machen wir noch einen. Sonst war das halt gar nicht. Aber wir machen es halt jetzt nochmal. Wir machen es jetzt nochmal. Und gucken wir mal, wie es jetzt besser wird. Ich war ja jetzt auch ein Sniper. Ich konnte euch jetzt nicht so doll supporten. Äh, da ja, ja. Ja, gut, geht ab nach unten. Ja, Minus 20. Ja, ist ja nicht so schlimm. Hier ein paar Punkte. Zack, her damit. Und dann noch eine Schicht. So, jetzt sind wir hier in der nächsten Runde. Und mal gucken, was ich jetzt für eine Waffe habe. Komm, eine bessere. Was ist denn das? Ach, das ist der Camp. Oh, nee. Warum Camp-Loviatra? Habe ich keinen Bock drauf. Ach, Mano. Was habt ihr denn hier? Platscher. Ja, nice. Kommt ihr bitte wieder hierher. Die Bosse sollen näher kommen. Kann man machen. Damit wir die Quote überhaupt schaffen. Alles Taktik hier. Alles Taktik. So, dahinten. Ruhig mal eine Klecksbombe. Ach, hier ist es schon ein Gegner. Das ist nicht, aber sehr, sehr nett. Geht sie jetzt rein. So, da machen wir mal eine Klecksbombe rein. Habe ich getroffen? Ich weiß es nicht. Jetzt, 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 jetzt. Ich habe getroffen. Ah, ich hatte auch eine jetzt noch reingeworfen. Ich habe gelacht. Doppelt und dreifach hält besser. So, Camp-Loviatra ist natürlich jetzt hier nicht so das Feine. Hallo, du solltest den Schirm ausbauen. Danke. Oh, jetzt habe ich keine Tinte. Dennis, stelle ich einfach auf den Turm. Kann irgendjemand von euch mal den anderen Tower holen? Weil, äh, mit Dynamo Roller ist das etwas ineffektiv. Ich wusste, der andere Turm. Ich sehe sie gar nicht. Also, hier am Korb ist gerade einer. Achso, du meinst diesen Turm? Ich habe jetzt an diesen anderen Strahl-Turm. Ja, die Roller sollte sich nicht besser um die Brocken kümmern. Ja. Weil hier sind zu viele kleine Gegner. Du kannst einfach jeden Gegner überrollen. So, oh, ja, 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 ja. Was ist hier denn los? Vielleicht ich, hab ich. Danke. Die Rays müssen weg. Ah, ich blut. Keine Tinte. Komm. Aber jetzt, jetzt, wir brauchen nur noch ein paar Eier. Ja. Ja, zwei. Hier sind genügend, hier sind genügend. Ja, wir haben die erste Runde überstanden. Ah, mach, 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 mach. Okay, okay, okay. Ui, 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 ui. Ich habe jetzt am Ende nichts mehr gesagt, weil zu viel Spannung. Zu viel Spannung hier, ey. So, jetzt will ich eine andere Waffe haben. Also, Camp Lobiata ist absoluter Müll. Ja, geht doch mal. Was habe ich denn? Platscher. Ja, endlich. Sind eigentlich Zufallswaffen? Ja. Ja, ja, alle Waffen sind immer zu fahren. Ah, okay. Platscher ist nice. Problem ist, wenn wir jetzt schon bei der ersten Welle nicht so gut waren, dann was dann mit den anderen, weil dann wird's ja immer mehr an. Ähm, da sollte sich am besten Platscher kümmern. Ja. Der eine ist fast... also der ist hier fast fertig. Hey, dieser Charger ist halt so mührig. Machen wir! Wecker! So. Das ist halt wirklich die... Das ist halt die schlechteste Bär, was wir hier raus... Den haben wir auch... Oh, diese blöden Sparmaketen! Ha! Wer hat... Wer hat den Verdient um... Ich versuche mal vom Turm aus hier einiges zu machen, aufzuräumen. Nein, nein, nein! Oh, jetzt kam da... jetzt kam der... der... Was? Der Stapler? Okay, gut. Ich dachte, der andere wischert mich. So. Ach, Deckler! Deckler! Jetzt wird der deutschen Navi angefallen. Achso, ja, das war ich. Nur noch die? Ja, der... Danke, dass du mich gekillt hast! Freunde! Die paar Eier müssen wir jetzt nur noch alle reinschmeißen. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei, ich hab keine... Ich mach die Decklaren nicht gerne weg, weil die sind easy mit Smatter. Fehlt nur noch... 4 Eier. Ja. Fehlen nur noch 4 Eier. Ja, das wird aber nicht. 4 Eier. Dann sind wir wieder durch. Ich hab noch einen, aber... Ah, okay. Das war mal wieder sehr tollstrettig. Dieses Mal in der zweiten Welle verloren. Aber... Okay. Das... Wir sind schon mal weitergekommen. Wir steigern uns. Mhm. Man muss es positiv sehen. Wir steigern uns. Mhm. Aber es ist halt aber auch sehr doll hart. Muss man schon so sagen. Uiuiuiui. Ich glaube, das ist vor allem schwer für Leute, die normalerweise keinen Salmon Run spielen. Das glaube ich auch. Das letzte Mal, als ich Salmon gezockt habe, war in dieser Team Edition. Seitdem nicht mehr. So. Neue Runde. Neues Glück. Jetzt hoffentlich direkt in der ersten Welle eine gute Waffe. Ich hatte... Zuvor als Spezialattacke auch hier den... 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 Sag schon. Die Holbro hier. Die war jetzt auch nicht so toll. Oh. Habe ich einen Durchplatscher? Ne. Quatsch. Okay. Nice. 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 Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Das kann eigentlich kein guter Heißkorb mehr werden. Ja. Sagen wir es mal. So einen guten Heißkorb will ich eh nicht kriegen. Ich... Hauptsache... Die Welle... Die drei Wellen schaffen wir. Also auf Heißkorb gehe ich eh nicht. Obtach, man hat nicht gespielt, dass man Abzeichen bekommt. Ich habe halt dafür top 5% zweimal schon geholt. So. Ach... Mach mal, ich helfe dir. So, zack. Doch, ich mach. Sehr gut. Vorsicht. Ja. Oh, schnell hoch. Ne, du, Klaus, hier nix. Du, Klaus, hier nix. Jetzt sehe ich auch welche Map. Da... Ah, die Map wurde umgebaut, sehe ich gerade. Die wurde umgebaut. Die wurde besser gemacht, finde ich. Finde ich gut. Finde ich gut. Besser gemacht? Das... Das ist das Schlimmste... Äh... Da. Okay, okay. Ich hab ne Kleckspum in die Waffe. Danke. Weiter weg. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich geh mal hoch. Komm, das schaffen wir, das schaffen wir. 2... 2 Flipper. Jo. So. 1... Und 2. Pam. Da hat wieder einen Turm. Quote haben wir. Beiß. Jetzt einfach nur rüberleben. So. So, ich geh mal woanders hin. Hier bin ich auf jeden Fall safe. Also die... Die Welle schaffen wir auf jeden Fall. Ich bin jetzt extra wohin gegangen, wo kein Monster hinkommt. Okay. Und ich kann hier schon mal ein bisschen vorfärben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Spezialtag hab ich schon nicht aufgebaut. Ähm... Es ist andere Seite, Dennis. Oh. Okay, gut. Das war fail. Äh... Ja, gut. Und ich snipe an die. Oh. Ich bereite mich schon mal auf Loft-Live vor. Ach, was? Uh... Ah, Digga. Nein. Nebel. Nein. Nebel ist richtig gut. Okay. Das... Tötet... Tötet die Goldenen bitte nicht vorm Korb. Also lasst die ruhig bis zum Korb durchlaufen. Die kommen immer bis hierher. Moment. Ach, jetzt kommt diese... Ah... Ja, okay. Ich zocke zu selten Simon an, dass ich erstmal überlegen muss, was meint ihr denn überhaupt? Lass die Goldenen alle bis zum Korb durchlaufen. Sonst müssen wir die Eier so weit schleppen. Ja. Äh... Von rechts kommt einer. Von rechts kommt ein Goldner. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Warte. Warte, ich loff ihn. Ich loff ihn. Ich loff ihn. Ich lech' ihn nur einmal an. Warte, warte. Schön war. Shit. Da kommt der Nächste direkt. So, haben wir alles drinnen. Oh, ey. Mann. Nein, der hat mich... Ich hasse ihn. Feiner bei mir. Kann irgendjemand nicht ganz gut holen. Nee, ich hab's. Ich komm, wirf an, wirf einfach eine Bombe, also nicht herkommen. Ja, da, ich bin da. meinen Speziatakoll einsetzen. Also, weil sonst würde ich so... Jejeje. Oh, nein. Oh, nein. Ich... Ich bin hier... Was? Ähm, Satz. Ich hab das Ding so cool, also falls ihr da reinkommt... Oh, mein Gott. Oh, was ist... Oh, was ist... Ich seh nix. Nein, wir müssen einer noch reinmachen. Du musst... Ich bin noch zwei... Ah, doch das ist... Was war das? Ja, moin! Ey... Das waren gerade... extreme Sekunden. Uiuiuiuiuiuiui. Das war heftig. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da gerade jemanden noch... Als ich allein war, jemanden wiederbelebt habe. Das war... Das war strange. Aber krass. Gut, dann Auf zum nächsten Versuch Okay Dann nochmal ein neues Was wir bei jetzt auf jeden Fall mal zocken werden Ist die neue Maps, wenn die mal drankommt In Simon Run Die würde ich gerne auch mal ausprobieren Aber ich weiß noch nicht, wann ich das mache So, ein Schwapper, okay Ja, eine Enzep Oh, das ist natürlich nice So, wer ist die Sniper unter uns? Ich Oh, mein Beileid Ich liebe Sniper, ich bin an sich noch Backline Warte mal, ich kann den von unten treffen Ja, ich mache mit Ich habe ihn Ich kümmere mich um den Raketen Ich habe doch einen schon reingetroffen Na toll Hat wohl nicht getroffen Na toll Raketen sind weg Ich hoch Zum Korb ganz klein Na toll Hier bei Tower liegen noch drei Ja So, du bist da weg Ich wäre vor Ja, die Am besten die Eier Und hier sind auch noch Eier Weil die kommen von links Also die Wenn die Eier weggetragen werden Tragen die die direkt zum Korb Also die am besten dann leben lassen Ich habe hier ein kleines Problemchen Wenn die in der Nähe sind Dennis, da können wir dich aber gerade wirklich retten Ja, alles gut, alles gut Ich komme zu euch Ich komme zu euch Werft doch eine Bombe hin Ihr müsst nicht hingehen Werft eine Bombe hin Nee Hingehen ist der Tod Bei es came and run Alles gut, alles gut, alles gut Ja, das weiß ich, ja Lieber eine Bombe werfen So Wo alle tot sind Okay Wir haben die Quote Jetzt heißt es nur überleben Ja Am wichtigsten ist für mich Den Regen und die Müste Deshalb wegzumachen Ich flüchte einfach Ich flüchte, ich flüchte, ich flüchte Okay, ich bin hier safe Ja Und was auch besonders Hier bei der Welle ist Ist Doppelte Doppelte Schuppen Und den Oberseimonien Aha So Nein, jetzt bin ich der Kleckskonzentrator Das kann ja nichts werden Ähm Das wusste ihr, seid ich Ich hab Calvins bekommen Ich hab wieder Calvins Ja, moin Von rechts kommt ein Hai Ein Hai? Bleib am besten einfach in meinem Weg Vom Dings Hätten es mit einer Also renn nicht zu weit weg Alles klar, mach ich Gibt es zwei Schlangen kommen Also zwei Start Sack, Quart Bam Einen hab ich Ja, warte mal Den anderen hab ich auch Nee, manchmal bitte Oh, ich bin echt Stapler muss weg Ganz dringend Vorwärts des Prioritäts Blade, geh nicht da runter Komm wieder hoch Stapler ist weg Ja, ja, bitteschön Okay Jetzt bin ich hier runter Hey, ich wusste Ich wusste, ich wusste Na, ich wusste Na, ich wusste Ja, ist gut Ist, ist richtig, ist richtig Ich hab noch zweimal die Entfernung Alles Alles ist weg Von wem da hinten Ich bin am Korb Ich bin am Korb Wo ist Ah, ne, ist keiner Ich mach mal Okay Ist sie mit anderen schon mit dabei Sehr gut Zack, haben wir dich Ich hab keine Entzündung für Klicksbomber Ist kurz hier weg Kann ich irgendwann mal kurz Den Fischstick wegmachen, bitte Ich hab So, mal kurz hier aufgeräumt Dieser blöde kleine Hi Nein, da kam noch eine Oh, nee Ich dachte, sie sind schon alle runtergekommen Vielleicht kommst du noch hoch Ich bin hier, ich bin hier Ich bin hier Ja Leute, Leute Ich hab keine Tinte Jetzt, 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 jetzt Das war knapp Das war sehr knapp Wer auch immer das letzte Ei hatte Also, hui Ja, ich Ich war oben auf dem Fischstück Ich dachte, ich werde durch eine Messe gekillt Tintenwerfer Na, besser als Sniper Ich wollte den da mit anfangen Ja Ja, ich bin der Arme, der die Sniper bekommen hat Denkt dran, dass ihr vielleicht noch Spezialattacken habt Die wir jetzt in der letzten Welle einsetzen können Ich hab noch einen Tintentüser Ich hab noch einmal Tintentüser Ich hab noch einmal Boje Das heißt, wenn wir alle tot sind Kann ich uns nur noch einmal retten Warte Ah, ich hab nicht alles getroffen Das ist so schlimm Oh Gott, rechts, rechts kommen zwei Schlagen und ein Stapler Ich versuche mich dumm zu kommen Verdammt, wir bleiben alle in der Nähe vom Korb Dass wir jetzt nicht so weit weg können Okay, das sind ganz schön viele Gegner hier Einer ist tot und der andere ist auch Ähm Ja, hast du das überlebt? Ich weiß es nicht Du warst in dem Stahl drin Ich weiß es nicht Ich sag doch, mehr Glück als Verstand Ich mein nicht Dennis Was ist so? Ey, ich hab gerade auch so Ich war gerade in einer Situation, wo ich dachte Wie hab ich das überlebt? Oh, das ist schlecht Ich bin sehr entspannt Das ist sehr entspannt Oh mein Gott, ey Dennis ist gestresst Ja Oh mein Gott Mach mal dich mal hier So, zack Wir haben die Quote, 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 wir haben die Quote Also irgendjemand muss Rain da wegmachen Was weg? Ich weiß es nicht Den Regen, ja Achso Den Regenschirm, Carol Okay, da sind zwei Stahl oben Ja, ich bin, ne? Passt auf Oh nein, ich muss mich nach oben Pass auf, Marvel, ich werf ne Bombe nach oben Nein Ich mach Crap Also wir liegen auch noch so 10 Eier gefühlt Huch Das war heftig Eine Runde machen wir noch Egal, ob wir die gewinnen oder nicht Ha Bleibt noch am Ende mich wiederbelebt Dazu Am wenigsten Wir haben eine Runde die Wund Mit einem Highscore von 75 Ich bin zufrieden Ich bin sehr zufrieden Eieieiei Das war Heftig Ja, mal gucken Wie viele Punkte es jetzt dafür gibt Ich hab gar keine Ahnung Aber Ich Zwischenzeitlich dachte ich Okay, jetzt verlieren wir Boah, ich hab nur 13 Fische Ah ja, ich war so schlecht Aber immerhin nochmal 20 Punkte Und hier nochmal ein paar Dinge Vielleicht kriegen wir die 600er noch Das wäre ganz gut Ja, mal gucken Okay, da sind wir Und dann mal gucken Wie jetzt die letzte Runde wird Wir haben zumindest eine Runde, Ewan Also hey Okay, wenigstens das geschafft Nach den ersten 2 Runden hab ich so gedacht Oh, wird das überhaupt heute was? Aber okay Oh, Wanschwappen Kann ganz nützlich sein Oh, geil Doppler Tindler, war geil Und Blade Sniper So Ja Warum müsst ihr ausgehend hier die Sniper jetzt reinbringen? Die Sniper ist die schlechteste Bärwaffe Aber das war ein bisschen dumm mit der Klecksbombler So, jetzt aber hier rein Bäm So, zack Haben wir das Bis jetzt ist ja noch alles entspannt Noch ist alles entspannt Komm, Gegner von reich Ja Marvel, bitte stoppen So, haben wir dich Ich schmeiß mal ein paar Fische in die Richtung Ich mach Tower bei, ähm, weg Ähm, da kommt einer, sehr schön So, zack, 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 zack Ich hab, ich hab so wenige gesprochen Ich muss erstmal kurz die großen hier wegmachen So, wunderbar Immer auf dem Tisch schauern Dann haben wir dich hier gleich Bäm Nein Nein Ihr macht mich jetzt hier nicht weg Okay, irgendwo ist Ah, ich seh den Kanon Ich seh den Kanon Ja, ich kümmere mich vorzunehmen Ich dachte, das ist einfach so gut, damit ich mich annehmen Egal Quote, Arme Na, sehr gut No, Marvel, ich hab dich Ich feuer gerade übelst für die Eier per Kanone Jo Ich muss jetzt mal weg Hm, komm lieber zurück Ist glaub ich sicherer Wir haben die Quote, wir haben schon längst die Quote Also von daher Die wir jetzt auf safe spielen Ja, ich geh noch Ich geh ja noch den Bäm Wir können ja ruhig weiter Na klar, na klar Aber nicht irgendwas riskieren Dass wir nicht dann irgendwie verlieren Das meine ich damit Ich glaube, das passiert nicht Gut Wunderbar Manchmal war ich sogar ganz zufrieden gerade mit Ey, wenn jede Runde so läuft Haben wir über 100 Und jetzt ist Sniper Äh, wir haben drei Sniper und ein Bruch Du Eilie Oh Und Schweine Ja 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 Ich hab zum Glück den guten Charge Hm Voll froh Dann Gucken wir mal, was draus wird Ich Nicht Ich 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 Das sind noch Taktiken, die ich noch erlernen muss Nein Ja, weil Wenn du den gekillt hättest, wäre die Eier bei der Rampe dort, wo immer die Salmonien gespawnt werden Oh Okay, das ist dann Gut, dass du mir das noch gesagt hast und gut, dass mein Schuss nicht ausgerichtet Ich bin nicht da runtergefahren Ein, ein Schuss von mir macht als 240 Der größte wird schade macht als 200 Der Boss hat als 500 HP Na, okay, dann wollte ich von dem jetzt eh killt So, ich komme mal in eure Richtung Danke, Marmel Ja, ich glaube ich gut, wenn wir den Bigshot töten Ja, es sind zwei Ja, deswegen Ich hab eingekillt Hast du noch mal Bigshot ist? Ich feuer Ich feuer Das ist Kanon, ja, der mit der Kanone Ah, okay Ich hab den schon gekillt Ja, Maradon, drei Fischeier Ja, ich feuer gerade irgendwie zehn Eier durch die Kanone Ja Ja, ich feuer den so mal alle ein Warte mal, aktivier Aktivier, dann ist er, ich nenne es direkt So, wir haben die Quote Der Dektor ist teilweise auch dein Freund hier Ja Ja, was? Wer ist dein Freund? Ich hab keine Ahnung Der Dektor Wer das Name ist Keine Ahnung, wer es ist Vielleicht, ich weiß leider nicht ganz genau Nein Was? Keine Sorge, ich kann dich Äh, ich dachte, ich war gerade der Letzte und bin doch gestorben Hab ich jemanden wiederbelebt? Ja Ja, moin Ich hab jetzt aber alle meine Spezialattacken aufgebracht Ich hab keine Heulboje mehr Boah Ich hab noch ne Ich hab ne Undercover Ich hab ne Clash-Glazer Ich hab ne Clash-Glazer Ich hab ne Clash-Glazer Ich mag dieses Ding nicht Ich versuch viel zu rollen, um die Kleinen wegzumachen Ja, nicht kenne, ich kenne, ich kenne, ich kenne Ja, ja Lass ihn ein bisschen nach der Kanone gehen Zwei Ja, zwei, ganz schnell BDS ist noch gestorben Vielleicht ist Rollergeist An der Cover geht wasch Bleib mal lieber am An hier vorm Korb Ähm, irgendwo sind noch zwei Eier Hier ist noch ein Kanon, ja Ja Ja, das ist Viech Danke Kann jemand herkommen? Äh, du machst mir das für dich eigentlich Ich werde einfach nur die ganze Zeit gerayed Irgendjemand muss sich um die, äh Um die Ablocken machen Also du kannst auch hochschwimmen, wenn du tot bist Du mann, ne? Ich möchte eigentlich Ah Ja, ich kann dir lieber machen Ja, ich bin hier unten Wunderbar Ja, ich muss mal in Maren wir, machen wir Hau doch nicht ab Ja, ich wurde vom Regen gekillt Aber ich habe alle Stapler gekillt Das ist gut Aber ich, äh Es waren einfach am Ende Viel zu viele Gegner dort Ähm Der, der Wavesbrack hat mich eigentlich gerettet Aber die haben wir trotzdem vorbei Wir haben trotzdem einen Highscore Ja, ja Ja, gut Ja, gut Das war's dann heute mit Simon Run hier im Big Run War heute sehr, sehr schwierig Aber, ja gut Was dafür umso spannender Also Win-Win-Situation Oder was heißt Also doch noch eine Win-Situation Jetzt am Ende auch keine Minuspunkte Die macht ihn auch umso besser Ja, und dann Werde ich jetzt noch kurz Die, die, die Belohnung abholen Weil ich bin mal gespannt Was da drin ist Und dann Sehen wir uns in einem neuen Part Nächste Woche wieder Im Revierkampf Natürlich Sind wir jetzt noch alle in der Runde drin Obwohl man auf BN drückt Ich hasse es So Wann kann ich nie auch rausgehen aus der Runde? Das ist doch nicht wahr Auch Splatoon Ich bin hier raus aus der Runde Ähm N und Minus gedrückt Na Ja, das tue ich doch die ganze Ach Weil Disconnect Weil ich disconnected bin Ja, klar Weil danach Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet Also ich Minus drücken können So Was haben Auch drei glitzende Dinger Interessant Ui Ui Das sieht ja gar nicht mal so verkehrt aus Alles klar Gut Dann Sehen wir uns im nächsten Part wieder Vielen Dank an Leonie, Marvel und Blade Dass sie mit dabei waren Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschüss Tschüss Tschau Tschüss